Was haben Sie heute vor? Bugün neap meilpilane Olsson. Ich werde heute ein Picknick machen. Bugün picknick joppe Jalm. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Okula Gidejem Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Toplantüde konuşulan konuları bir özetler misin? Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Ben dettoplantier ketillmedem? Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten. Und dann elinizde var mı? Ich habe das nicht zur Hand. Ich habe das nicht zur Hand. Elimde bundan yok. Wie viele wollen Sie? Wie viele wollen Sie? Kaç tane istiyorsunuz? Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden. Nein, ich kenne niemanden. Hayır, Kimseyi tanımıyorum. Ja, ich kenne Sie alle. Ja, ich kenne Sie alle. Evet, hepsini tanıyorum. Wie lange wirst du arbeiten? Wie lange wirst du arbeiten? Ne zamana kadar çalışacaksın? Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışacağım? Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Sabah saat alte kadar çalışacağım? Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Dün akşam Konser nasıl geçti? Das Konzert verlief sehr gut. Das Konzert verlief sehr gut. Konzert çok iyi geçti. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Dün konzert ıptal oldu. Dün konzert ıptal oldu. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Dün konzert jealous? Dün geze hangi filmi izledin? Ich habe einen Zeichentrek Film gesehen. Ich habe einen Zeichentrek Film gesehen. Wie Animation Cisge Film ist ledem? Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Matrix 3 ist ledem? Warst du schon mal in Amerika? Warst du schon mal in Amerika? Amerika'ya daha önce geldin mi? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Daha önce gelmedim. Ich bin vor 3 Jahren gekommen. Ich bin vor 3 Jahren gekommen. Bundan 3 sene önce gelmischtim. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Nein, ich habe es noch nie gelesen. Nein, ich habe es noch nie gelesen. Nein, ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es vor 5 Jahren gelesen. Um wie viel Uhr verlassen Sie das Haus? Um wie viel Uhr verlassen Sie das Haus? Ich werde es noch nicht gelesen. Seit kaçta evden çıkacaksın? Ich werde warten, bis du kommst. Ich werde warten, bis du kommst. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Wirst du dieses Buch lesen? Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde auch noch zu lernen. Wir wollen ins Kino gehen, aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen, aber welchen Film sollen wir sehen? Ich kann Matrix 3 empfehlen. Ich kann Matrix 3 empfehlen. Matrix 3'ü önerebilirim. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Sweet November filmine önerebilirim. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Ich kann den Film sehen. Bei dem Unfall kollidierten 3 Autos. Bei dem Unfall kollidierten 3 Autos. Was hat der Film gemacht? Ich kann den Film catcht. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Hayır, girl, madam. Mit wem möchten Sie sprechen? Mit wem möchten Sie sprechen? Kim in le konusch ma ki stersen? Ich werde mit niemandem außer dir reden. Ich werde mit niemandem außer dir reden. Sen hariç kimseyle konuşmayacağım. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Size başka bir şey getirebilir miyim? Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim. Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Ich liebe Science-Fiction Filme. Ich liebe Science-Fiction Filme. Bilimkurgu Filmlerini çok severim. Ich liebe Komödien. Ich liebe Komödien. Komödifilmleri ne çok seviyorum. Wer ist an der Reihe? Wer ist an der Reihe? Şimdi kimin sırası? Ich denke, ich bin an der Reihe. Ich denke, ich bin an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Wie lange studieren Sie schon Physik? Wie lange studieren Sie schon Physik? Ne zaman dan beri Physik çalışıyorsun. Ich arbeite seit 5 Jahren. Ich arbeite seit 5 Jahren. Beşil dan beri çalışıyorum. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Bu se ne dördüncü ilim? Wie ist er? Wie ist er? O nasıl biridir? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Çoluşkan biridir. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Tembeil biridir. Er ist ein fleißiger Mensch. 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 Aber er kam endlich. Am Can Akshama kadar bekledik ama sonunda geldi. Er kam am Morgen. Er kam am Morgen. Sabaha karşı geldi. Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Buulgulame ebi isimverilimme Ja, ich denke, es könnte Merkuri sein. Ja, ich denke, es könnte Merkuri sein. Evet, bence Merkuri olabilir. Ja, nennen wir es Protex, wenn es zu Sanada passt. Ja, nennen wir es Protex, wenn es zu Sanada passt. Evet, Sanada uyarsa Protex diyelim. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy çok sağ kin biridir. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. 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 Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Akşam nerede buluşalım? treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Cinema nönünde buluşalım. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Sen neresi dersen orada buluşalım. Was für ein Mann ist Michael? Michael nasıl bir adam? Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Tanıdırım kadarı ile iyi biri. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Çok tanımıyorum. Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Yeni görevi niz ne zaman başlayacak. Ich denke, ich fange nächste Woche an. Ich denke, ich fange nächste Woche an. Sönerim hofteye başlayacağım. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. İki hafta sonra olacak gibi görünüyor. Sönerim hofteye başlayacak. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Bu film mi daha önce izledin mi? Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Üçil önce okulda izle mischtik. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Daha önce izle me mischtim. Sind Sie heute sehr beschäftigt? Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Wie ist das Wetter in Paris? Wie ist das Wetter in Paris? Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Michael, wie ist das Wetter in Paris. Ich bin im Restaurant. Ich bin nach Hause. Ich bin in ein Restaurant. Wer kam nach Hause? Eve kim geldi? Michael kam früh am Morgen an. Sabah erken sagte Michael geldi. Abends kam meine Freundin. Okschamke zalkade schumgelde. Was macht Michael gerade? Michael Schwan der Neopör. Er spielt gerade ein Match. Er spielt gerade ein Match. Schwan der Matzschirpör. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Yüzme der Sinegidör. Was ist das? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Bu bir çantadır. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Bu is ki bi arabadır. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, neden geç kaldin? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabah kadar çalışmak zorunda idem. Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kalmadım. Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Finalmı çınır gidecek misin? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Eğer ich şim biterse, gitmeye çalışacağım. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Saat kaçta yatarsın? Ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Akashme dokuzda yatırım. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Akashme dokuzda yatırım. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Postanen Sie die Adresse der Post? Postanen Sie die Adresse der Post? Postanen Sie die Adresse der Post? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Evet, biliyorum. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Hayır, burayı bilmiyorum. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Neden okula gitmeden? Deshalb werde ich nicht gehen. Deshalb werde ich nicht gehen. Bu nedenle gitmeyeceğim. Ich möchte heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Bugün gitmek istemyorum. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuschabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Inglisce und Almanca konuschabiliyorum. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Üschüyor musun? Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Hayır, ben Jehova çok sıcak. Mir ist ein bisschen kalt. Mir ist ein bisschen kalt. Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Mein Freund Michael belegte den ersten Platz. Mein Freund Michael belegte den ersten Platz. Ich konnte nicht gewinnen. Ich konnte nicht gewinnen. Ben kazanamadım. Was kostet diese Hose? Bu pantolonun vierze nedisch. Dreiundzwanzig Dollar. Dreiundzwanzig Dollar. Yirmi ucch Dollar. Sollen wir einmal ein Match spielen? Will kere matcha palumme? Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Lasst uns gleich loslegen. Heute haben wir ein Match spielen. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Billigte kahve içelim mi? Ja. Wann sollen wir gehen? Ja. Wann sollen wir gehen? EWET NE SOMANGIDELIM Tut mir leid. Ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid. Ich habe heute keine Zeit. Üzgünüm, bugün Samanum yok. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Ich bin so müde, lass uns morgen trinken. Ich bin so müde, lass uns morgen trinken. Was ist im Glas? Was ist im Glas? Kavanozun içinde ne var? Es gibt Erdbeermarmelade. Es gibt Erdbeermarmelade. Chilek recheli var. Im Glas ist Honig. Im Glas ist Honig. Kavanozda bal var. Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Jukkırı çıkaim kişi kimde. Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Ein nem çantıya almak için yukkırı çıka. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Ben kimseyi görmedim. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Bukyat ta ne yazıyor. Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. İngilizce Notlerimi almıştım. Das Notizbuch meines Sohnes Das Notizbuch meines Sohnes Oğlumun not defteri Warum lernen wir Englisch? Warum lernen wir Englisch? Niçin İngilizce Öğreniyorum? Ich versuche für die Schule zu lernen. Ich versuche für die Schule zu lernen. Okul için Öğrenmeye çalışıyorum. Ich lerne für meinen Job. Ich lerne für meinen Job. İşim için Öğreniyorum. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Çok öğnehmli oldurnu biliyorum. Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ayan da sıkıntı var mı? Ja, mein Knöchel tut weh. Ja, mein Knöchel tut weh. Evet, ayak bile im Ayrör. Nein, ich habe keine Probleme. Nein, ich habe keine Probleme. Hayır, herhangi bir problemim yok. Was denkst du über dieses Spiel? Was denkst du über dieses Spiel? Bumac hakken da nedüşünürsün. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut gespielt. Çok iyi oynadık. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Hobby in Warme? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Ich habe keine großen Hobbys. Ich habe keine großen Hobbys. Ich liebe es, Musik zu hören. Ich liebe es, Musik zu hören. Musiklinne mi sevedem. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Saat katsch gibi okula gideceksin? Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde morgen nicht gehen. Jiren gitme jejem. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Akşam alte gibi okulde olurum. Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Mi il dike dosiere ne l'erwolde. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Sotisch lokomnerin ekle mischtem. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Geleceksehnenin Bütçera kamleri Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ein seldien içecek hongi sidisch. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich liebe fruchtzefte. Ich liebe fruchtzefte. Meyve sularını çok severim. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Nere de Yeshua sunus. Ich lebe in London. Ich lebe in London. Und wie viel Uhr beginnt das Treffen? Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplante kaçta başlayacaksın? Das Treffen wurde verschoben. Das Treffen wurde verschoben. Toplante ertelernde. Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene 1.000 Lira pro Monat. Ich verdiene 1.000 Lira pro Monat. Ich verdiene 1.000 Lira pro Monat. Worum wird es bei diesem Treffen gehen? Worum wird es bei diesem Treffen gehen? Bu Toplante je hangi konu hakkında olacak? Über Gehaltserhöhungen. Über Gehaltserhöhungen. Marßsamleri hakkında. Nächste Woche geht es um seinen Plan. Nächste Woche geht es um seinen Plan. Gelecek hofter pilane hakkında olacak. Welche Lebensmittel mögen sie sehr? Welche Lebensmittel mögen sie sehr? Hangi yemekleri çok seversin? Mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Pasta. En sevdiğim yemek makarna dir. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Yemek çok seçmam. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Das hatte ich noch nie zuvor. Das hatte ich noch nie zuvor. Das hatte ich noch nie zuvor. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Son Arabamı buradan almıştım. Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Kim ile yaşıyorsun? Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Frau. Kim ile yaşıyorum? Ich lebe mit meiner Mutter. Ich lebe mit meiner Mutter. Annemle birlikte yaşıyorum. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meinem Vater. Babamla yaşıyorum. Ich lebe mit meinem Bruder. Ich lebe mit meinem Bruder. Abimle yaşıyorum. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? İçecek bir şey alır mısınız? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? İki bardak Nescafé alabilir miyes? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Meyves suyu alabilir miyes? Ich möchte jetzt nichts kaufen. Ich möchte jetzt nichts kaufen. Şimdi bilşe almak ist temyorum. Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Yardım ede bilecim bir şey var mıdır? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Evet, beni eve bırakır mısın? Nein, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Hayır, çok teşekkürler. Was tun in Zeiten der Schulden? Was tun in Zeiten der Schulden? Bort zamanlarında ne yaparsın? Ich studiere. Ich studiere. Derç çalışırım. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Kitab okudum. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Musikiyo pürüm. Wie heißt du? Wie heißt du? Adınız nedir? Ich heiße Michael. Ich heiße Michael. Benim adım Michael. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Ben Michael. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Brauchst du hilfe? Brauchst du hilfe? Yardım ihtiyacın var mı? Ja, brauche ich. Ja, brauche ich. Evet, ihtiyacın var mı? Ja, brauche ich. Ja, bitte. Evet, lütfen. Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Kahvaltı yapıcak mısın? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Bir saat önce yaptım. Nein, das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Hayır yap mi jam. Weißt du wie man fährt? Weißt du wie man fährt? Arabas sürmeyi biliyor musun? Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit 5 Jahren Auto. Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit 5 Jahren Auto. Evet, sürmeyi biliyorum. 5 yıldan beri araba sürüyorum. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Hayır, araba sürmeyi bilmiyorum. Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Çalışmak için ekleyecek başka konu var mı? Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Proje için sistem ekipleriyle görüşmek gerekecek. Wir sind alle Themen durchgegangen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Tüm konuların üzerinden geçtik. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Ein nenni sin adı nedir. Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ein nemin adı merydir. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ein nemin adını bilmiyorum. Wie war gestern das Wetter? Wie war gestern das Wetter? Dün hava nasıldı? Das Wetter war gestern sehr schön. Das Wetter war gestern sehr schön. Dün hava çok güzeldi. Gestern war es sehr regnerisch. Gestern war es sehr regnerisch. Dün çok yağmurluydu. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ein seldien renk hongi siddır. Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Siyah rengi çok severim. Kann ich zwei davon kaufen? Bundan iki tane alabilir miyim? Evet, Allah bilirsiniz. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Hayır, son bir tane kaldı. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Kaç seneden biri Michael ile arkadaşsınız? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Beş sehne ön jeter müştük. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wir haben uns erst gestern. Wir haben uns erst gestern. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kaç seneden biri? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Otuzi es schon dayem. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Yil mi beş sehne ön dayem. Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Bu proje de kiminle çalışmıştın? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. daha önce database ekibiyle çalışmıştım. Was sollen wir morgen tun? Was sollen wir morgen tun? Yeren ne yapalım. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Kesinlikle Parti'ye gitmeliyiz. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Telefonumu yarın tamirden alacak mısın? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Yeren saat sekizde alacağım. Es wurde noch nicht repariert. Es wurde noch nicht repariert. Henüz tamir edilmemisch. Kommst du auch? Kommst du auch? Sende gelecek misin? Ja, ich werde kommen. Ja, ich werde kommen. Evet geleceğim. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ben geleceğim, eure Jakarta'ya geleceğim. Wie viele Dosen Flaschen Milch muss ich kaufen? Wie viele Dosen Flaschen Milch muss ich kaufen? Wenn es für jeden etwas gibt, müssen sie 40 kaufen. Wenn es für jeden etwas gibt, müssen sie 40 kaufen. Es reicht aus, nur drei Züge kaufen. Es reicht aus, nur drei Züge kaufen. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Hover choksejak. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Das Wetter ist regnerisch. Kaltes Wetter. Hover choksejak. Es ist windig. Es ist windig. Kaltes Wetter. Was ist ihr Lieblingsessen? En sevdiğin yemek hangisi? Ich liebe Pasta sehr. Makarnayı çok severim. Ich liebe Omelette. Omelette çok severim. Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanlarında ne yaparsın. İch lese Bücher. İch lese Bücher. Kitab okudum. İch schaue Filme. İch schaue Filme. Film izledim. İch höre Musik. İch höre Musik. İch mâche Hausarbeit. İch mâche Hausarbeit. İch mâche Hausarbeit. Ne zaman size gelme mi istersin. Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. İstediğin zaman gelebilirsin. Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden. Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden. Zici. Akşama gelmeye ne dersin? Kann sie mich? Kann sie mich? Beni tanıyormuşsun? Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Herkes seni tanır. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Seni çok iyi tanıyorum. Können wir heute zusammenarbeiten? Können wir heute zusammenarbeiten? Bugün birlikte çalışabilir miyiz? Ich bin heute nicht sehr fit. Ich bin heute nicht sehr fit. Bugün çok uygun değilim. Klar, wann immer sie wollen. Klar, wann immer sie wollen. Tabii, istedin zaman. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Daha ucuzunu bulamayız. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Arkadaşım aradım. Bir fiat bekliyorum. Wo werden sie Urlaub machen? Wo werden sie Urlaub machen? bin celle deул. Bir fiat bekliyorum. Irkiler, ne Lord'un? ує et away. Bir fiat bekliyorum. İçerinde, neuz? İçerinde, neuz? İçerinde, neuz? İçerinde, neuz shin?! İçerinde, neuz? Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Tatil im Istanbul da geçireceğim. Kannst du Michael helfen? Kannst du Michael helfen? Michael, ich yardımcı olabilir müssen. Sicher, warum nicht? Sicher, warum nicht? Tabii, neden olmasın? Nein, da kann ich nicht hingehen. Nein, da kann ich nicht hingehen. Hayır, oraya gidemem. Sicherlich. Sicherlich. Elbette. Kann ich das mal ausprobieren? Kann ich das mal ausprobieren? Bunu dene je bilir miyim. Alle Proberäume sind voll. Alle Proberäume sind voll. Tümdene me kabin neri dolu. Sie können die Kabine auf der linken Seite nutzen. Sie können die Kabine auf der linken Seite nutzen. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Der Name meines Vaters ist Michael. Babamın Adı Michael'dir. Ich kenne den Namen meines Vaters nicht. Babamın adını bilmiyorum. Wie hast du Englisch gelernt? Wie hast du Englisch gelernt? İngilizce nasıl öğrendin? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Evde kendim öğrendim. Ich habe es in Englisch gelernt. Ich habe es in Englisch gelernt. İngilizce öğrendim. Ich habe aus Filmen gelernt. Ich habe aus Filmen gelernt. Filmlerden öğrendim. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Sevgilim dein öğrendim. Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Bu sene yaz tatiline gidecek misin? 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 Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Was möchtest du trinken? Kann ich Wasser haben? Kann ich Wasser haben? Su alabilir Mim. Kann ich Tee haben? Kann ich Tee haben? Chai alabilir Mim. Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Kann ich Tee haben? Warum lachst du? Warum lachst du? Neden gülüyorsun? Was du gesagt hast, war sehr lustig. Was du gesagt hast, war sehr lustig. Söyledigin, çok komikti. Ich lache über dieses Kind. Ich lache über dieses Kind. Schoko joa gülüyorum. Was denkst du? Was denkst du? Ne düşünüyorsun. Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplantıya katılamayacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Neden katılmıyorsun? Veil, danke für die Information. Veil, danke für die Information. Ok, bilgi için teşekkürler. In welchem Bereich sind sie tätig? In welchem Bereich sind sie tätig? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Ich bin im Marketing Team. Ich bin im Marketing Team. Pazarlama ekibindeyim. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Bilgi teknologileri ekibindeyim. Aber da sind sie, glücklich. Anze увac Defense. Untertitelung des ZDF, 2020